Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Albert de Jong. Ich bin Richtling Fellow des Deutschen Weininstituts. Andere kennen mich vielleicht, weil ich komme auf 30 Jahre in Deutschland rund und verkoste überall. Und ich bin mit Organisator dieses Event. Hallo, mein Name ist Guilhem Mellmann aus Holland von Mellmann Kommunikation. Und ich bin die Organisator der Weinmesse hier in Amsterdam. Zusammen mit Albert de Jong, Richtling Fellow aus Holland. Gelukkig waren de aanmeldingen weer zo groot zoals vorig jaar. We kwamen nu tot een totaal van 165 personen. Dus ik zou zeggen hartelijk welkom en geniet van deze dag. Ich bin Gundolf Lackwey vom Weingut Lackwey. Ich komme aus dem schönen Rheingau, ein kleiner Ort, der heißt Lorch, direkt am Rheingelegen. Und ich habe verschiedene Rieslingweine und auch Burgunderweine dabei, die ich hier präsentieren möchte. Was ich von dieser Veranstaltung halte, ich bin zum zweiten Mal hier im schönen Amsterdam, in Amstel-Bothaus. Das ist eine super Location, sehr, sehr schön gelegen, direkt an der Amstel. Und es macht Spaß, hier die Weine in diesem Wintergarten einem vielfältigen Publikum zu präsentieren. Mein Name ist Christiane Wagner, ich bin vom Weingut Dr. Wagner aus Saarburg von der Saar. Wir sind spezialisiert auf Rieslingweine, die wir auch heute stolz hier präsentieren auf der Weinmesse in Amsterdam. Wir sind das zweite Mal hier in Amsterdam auf der Weinmesse. Es ist eine sehr schöne Messe, sehr gut organisiert und sind stolz hier sein zu dürfen. Sehr gutes Publikum, sehr gute Gäste, die sehr interessiert sind in Rieslingweinen aus Deutschland. Heute haben wir mehr als 35 Importeure und auch Winzer aus Deutschland hier für die Verkostung. Und wir hoffen nächstes Jahr für die 15. Edition, dass es noch mehr Winzer und Importeure gibt. Und wir freuen uns, Sie nächstes Jahr auch in Holland zu sehen. Zum Morgen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017